Tjo Freunde, mittlerweile ist nicht einiges passiert, aber ich möchte ganz trotzdem gerne nochmal dazu hier Petition ist rausgelöscht scheinbar, oder bin ich gerade so doof, das zu finden beides möglich gibt es jetzt aktuell zumindest nicht mehr im Forum finde ich auch völlig richtig so ja, das Idioten war nicht okay, da möchte ich mich dafür entschuldigen, ich finde es trotzdem nicht korrekt oder intelligent, dass man hier blind Leuten nach rennt und würde euch bitten, nach wie vor eigene Meinungen zu bilden das hier, prophezei ich schon das prophezei ich einfach schon Jahre also eigene Meinungen bilden ist immer intelligenter als wie irgendjemandem nachzulaufen, möchte ich mir ganz ganz herzlich, wirklich wieder wahnsinn, irre, echt geil wie viele Leute das hinter mir stehen, das ist immer wieder heftig, das Video habe ich gelöscht, weil das nicht intelligent war von mir Idioten zu betiteln, das gebe ich ehrlich zu es tut mir leid und auch, weil ich in der kurzen Zeit, in der das Video war Gewaltandrohungen gelesen habe, mir gegenüber und sowas finde ich zeigt einiges einerseits wieder genau das, was ich eh schon immer weiß, aber trotzdem wieder ein Ding einfach, wo ich einfach sage, okay, es geht bis zu einem gewissen Grad geht es und dann geht es halt nicht einfach, ist es mir nicht wert sage ich ganz ehrlich ich möchte trotzdem, ich sage überhaupt und bleibe hinter der Meinung also diese Petition bringt niemanden was möchte auch nochmal explizit sagen, dass ich auch nicht eine Petition persönlich als Bitschrift lese oder so ähnlich habe ich das auch öfter gelesen in den Kommentaren und werde auch nochmal explizit jetzt sagen, dass ich mit niemandem Streit gesucht habe oder suche sondern einfach nur diese Vorgehensweise der Petition absolut nicht verstehe also überhaupt nicht wenn man einfach vernünftig wäre würde man die LS und Daumenfungszeichen Community dazu bemühen die LS YouTuber die LS Modder die Skripte alle eigentlich vielleicht ein gemeinsames Video ein gemeinsames Brief zu schreiben das öffentlich zu machen und Chants bitten explizit bitten diese Verschlüsselung aufzuheben wäre mein Vorschlag aber scheinbar ist sowas nicht möglich jeder sitzt in seiner Gruppe und jeder sitzt halt dort wo er sich wohl fühlt verstehe ich auch ich war schon selber auf öffentlichen Servern bei my LS und das ist halt immer ein bisschen Chaos deswegen dieses Video ansonsten sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder im Stream Freunde bis dann Tschüss